Meine Kollegen, alle! Komm, sag, klar! Komm, bin ich hier? Ja? Alle angebend? Ja. Gut, heute kümmern wir uns um die Organe im Bauchstatus, ja? Wahrscheinlich haben Sie mal wieder eh keine Ahnung davon, dafür bin ich ja da. Ja, geben Sie mir nur eine Sekunde zu machen, komm, alles klar! Hallo liebe Studi! Na, geht es uns heute allen gut? Heute kümmern wir uns um die Organe im Bauch, ja? Hat jemand von euch schon eine Ahnung, was es so im Bauch gibt? Gar kein Problem, ich hab da nämlich was vorbereitet. Ihr könnt ja alle einfach mitmachen, wenn ihr mitkommt, okay? Leber, Darm und Galle, haben im Bauch alle. Ist unten im Bauch nix, dann fehlt der Appendix. Ja! Wuhuuu! Wuhuu! 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 Spürst du etwas Hartes? Ist das das Ligamentum der Resempathes? Was haben wir denn hier? Kann mir einer von euch sagen, was das ist? Sieht aus wie ein Terminales. Hey, warte, das ist ein Kroner. Das ist doch ganz klar, was das ist. Ich zeige es euch mal. Das ist doch ein eindeutig ein Wurm-Fortsatz. Ja, das ist ein schweres Publikum. Okay, hier in der Mitte, hier in der Mitte, hier in der Mitte. Was ist das da, da hier in der Ecke? Sieht aus wie ein Tumor. Richtig, sehr, sehr gut. Nein. Oh Gott, bitte nicht. Ah, Lamina! Das muss das sein. Ist eindeutig gutartig. Was ist denn das hier? Wir sind hier im Lehrkrankenhaus und keinen Kindergarten. Das hier wird wirklich furchtbar leid. Einen Moment, ja? Ich übernehme mal. Das fährst du dir schon wieder. Pass auf. Oh! Wer fallen wir denn alle? Also, ich bin der Bremsen. Oh! Was ist denn hier passiert? Ist die etwa tot? Oh Mann, natürlich ist die tot. Sonst könnten wir nicht in den Situs gehen. Aber da kommt runter. Da steckt ja ein Messer drin. Oh! Die wurden am Morgen. Die kommen einfach nur an. Wer war es? Hast du das denn noch? Oder du! Oder du mit der Brille da vorne. Du siehst aus wie so ein Serienlerner. Mann, sie haben eine verkackte Socke auf der Hand. Du bist nur steckiger Socke! Anstrengung. Was? Du. Ich möchte sagen, sie sind Modelle, die haben keine Ahnung von Anatomie. Egal, wie leicht du versuchst es dem Sieg. Das war so. Was ist das? Was ist das? Vielen Dank.